hallo hallo ihr ekel torten und herzlich willkommen zurück zu hat bei daylight kleinen chaos tropien letzte woche hat euch gefallen und auch das projekt was den tag danach kam da haben wir uns immer wieder richtig schön bewiesen dass wir nichts anderes können außer dbd spielen sind wir heute wieder hier mit dbd und wir sind natürlich nicht nur ich alleine sondern das geht schon durch die grammatik gar nicht sondern die verküriere ist mit dabei schon gar nicht mehr halten also junge du hast unsere zuschauer gerade als ekeltorten mit ne ich habe ich habe mit dem bildschirm geredet das problem ist gerade ich stelle gerade fest ich habe noch gar nicht meine aufnahme laufen das heißt ich hoffe ich habe uns schon drinnen so ich starte jetzt auch mal kurz meine aufnahme aber ja ruhe ihn auf drei das ist der kacke das heißt dann haben wir gar nicht gesehen dass ich auf die ekeltorten gezeigt haben wieder ghostface in der gideon fleischfabrik und uns unterstützen natürlich noch die tv die schon auf dem boden liegt und die lissi ist dabei das ist voller körpereinsatz bei tv er kommt runter ja er kommt runter das gefällt mir nicht ich muss mal festhalten lange anmoderation kannst du bei dbd irgendwie nicht machen du weißt nie wie lange der brauch um die sachen zu laden könnte sein dass er hinter dir ist hier ist was gesagt direkt unter dem haken sein könnte hinter dir sein war nämlich eben hinter dir ich hatte eben auch vorwarnung also das totem ist nicht hier oben er ist bei mir ich hab's unten auch noch nicht gefunden ich bin verwirrt ich suche einfach mal er ist unten glaube ich wieder hoch online wir suchen ja ein todem ne ja wir suchen ein todem und ich liege gleich wieder nee lass mal doch aber man sieht ihn immer schön weil es immer so schlug das ist gerade nicht passiert ich würde fast sagen das totem ist unten das war ein sekündchen zu spät das hat's auch voll gebracht sie hat sich stets bemüht bei kyria war stets bemüht er kommt auf mich zu das gefällt mir nicht ich mag diese map nicht ich weiß auch überhaupt nicht wo hier das totem stehen könnte ich hab noch nicht ein totem gesehen ich hab eins kaputt gemacht oh nein er guckt uns an lauf tiffi backflip danke dir ich hab mal das gefühl diese map ist zehnmal so groß wie alle anderen maps nein es ist das in der hälfte ich hab jetzt niemanden verstanden tritt irgendwie ist man mittlerweile wirklich gar nicht mehr so unglücklich wenn man aufgehängt wird wenn da dieses fröhliche tröten ist ich hab immer noch pass auf ja mensch das fängt doch hier richtig gut an richtig gute runde das sind die sommerlichen temperatur ach so ja das kann natürlich sein aber heute geht es ja einigermaßen noch wir nehmen das ganze hier gerade am 23 sechsten auf und rekord wird am mittwoch sein mit 38 grad vito was tust du da unten wo die kyria hing da ist das totem ja muss ich jetzt wieder den antrag stellen dass wir dich ersetzen hat der killer schon unterschrieben wo ist das totem ja da wo du hingst ach ja weiß nicht mal wo du hingst ähm hi wieder da aber kyria beeil dich er kommt lol er ist dort lol er ist dort dein flip wooo 10 punkte komm hier zu mir komm zu mir komm zu mir komm zu dir da schnecke leg dich unter allerliebste tiffi du musst uns retten ja ich bin da frei aber hey immerhin habe ich das du hast den generator ja und ich habe herzpapfen aber er ist unten oder ja er ist unten ja vor allem ganz ehrlich er hätte mich weg ziehen können was macht er er steht da und guckt mich an er ist wollte sich erstmals brauchen und er kommt aber wir verfolgen da um mich nicht ich habe immer noch herzschlag nicht mich gut ne er hat jetzt mich beste runde ever danke ich mein wir wollten alle gucken ob der boden wirklich so schmutzig ist wie er aussieht ja genau richtig ja wir sind immer helden hier in der fleischfabrik ne wir müssen mal gesundheitskontrolle was ist denn hier schon wieder los ich habe euch gerettet und ich habe nicht mitgekriegt dass er tiffi schon gedaunt hat tiffi ist auch schon gedaunt ja ja die liegt da rum wo ist er sie guckt sich die boden an oh ja ähm ich lieg dann auch wieder oh leute ihr seht ich liege jetzt unter einer palette also man könnte ähm die palette gleich der killer denkt sich so alter was sind das für noobs denkt er sich ja wir sind die gesellschaftsverkontrolle und so weiß ich die verkürier die verkürier war erst im keller oh lulululu ich werde getragen ich will nicht lass mich los ich kann nicht mehr tiffi ich hoffe du bist vollgeheilt ja im gegensatz zu dir ne Er hat mich doch eben gerade erst gedownt. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Lauf, 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 lauf. Und die nächste Liste. Heißt du? Heißt du? Irgendwann muss man sagen, Hopfen und Malz ist verloren. Also wir sind verloren. Ich kann nicht mehr. Alter, mir tut alles weh. Jetzt habe ich hier sogar schöne Krähe. Tiffy mit der Krähe, oh, wie hübsch das Ding. Uiuiui. Echt? Man kann gedownt sein und man kriegt noch nicht auspacken. Ja, mittlerweile schon. Fuck no! Nein! Nein! Das kann nicht sein. Die Leute, die unten sind, sucht nach der Luke. Die ist nicht da. Ja, aber die kommt gleich. Kommt die jetzt immer? Ja, die kommt ja beim letzten, ne? Und ich glaube, dann sind alle tot. Also kriech um dein Leben. Wer stellt Grund? Jetzt rennt der auch noch da lang, ne? Erst nehm ich meine Anmod nicht auf, dann verkacken wir sie ultimativ hart. Kickback! Oh, gut jetzt. Alter! Beste Runde ever! Fröhliche Sterben mit dem Kyrie. Ich hab null Punkte in der Zielkategorie. Er guckt mich an. Hast du's gesehen? Ja. Er hat voll in die Kamera geguckt. Das ist alles. Was bist du eigentlich für ne Losche? Loll, bei Kyrie, ihr hattet bei mir grad ne Glatze. Was? Beim Hochfliegen, ne? Ja. Ja, bei mir auch. Oh, gosh. Da muss ich ihm jetzt erst... Oh, die Haare hängen aber noch. Tja. Can't. Ah. 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 Ja, gut, ne? Ah. 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 Das würde ich mal sagen. And it will be on YouTube. Amazing. What? What? Erstmal Steifwärmung machen. Ja, herzlich Willkommen, Mikkelol... Mikkelol? Ach so, Michaelol. Also ist die Frage, ist Mikkelol auch überhaupt deutsch und versteht das? Mikkelol. Mikkelol. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist nicht deutsch. Naja, wie dem auch sei. Nächste Runde. Who said so? Me. Me. Valkyria. Das ist genau wie, als wir neulich gespielt haben. Ist das die kleine Anna? Ja, meine lieben Leute, und so ist es normalerweise bei uns. Ja, so ging das die letzten Tage. Ich möchte bitte aus dem Ballet-Paradies abgeholt werden. Ja, soll ich deine Mutter anrufen? Nein, bitte nicht. Der kleine Vito möchte bitte aus dem Ballet-Bad abgeholt werden. Ja. Eigentlich müsstest du das wirklich mal machen, so als erwachsene Person. Und dann tust du so, als wärst du irgendwie so zurückgeblieben. Und dann spielst du diesen Ballet-Bad und dann sagst du davon, wegen du möchtest von deiner Freundin anerkoholt werden. Ja, ganz ehrlich, rein theoretisch, wenn wir alt sind, dann können wir das ja auch mal machen, oder? Ja, aber das können wir auch machen, wenn wir jung sind. Ja, aber weißt du, wenn man so richtig alt und schrumpelig ist und so. Ja, ich meine, jung ist ja auch relativ. Das ALT hat ja schon zugeschlagen. Ja. Das schlägt bei dir auch zu. Oder jetzt hat es ja schon zugeschlagen, dann in dem Part. Was ist das? Das ALT? Alt. Ja, du bist ja der Jungspund unter uns, ja? Du verstehst das noch nicht. Genau, Vito. Und ich bin die Oma. Genau. Ja. Danke. Hallo! Feuertanz! Feuertanz! Und gleich kommt der Killer auf die Ecke. Ja, könnte gut sein mit dem Eisfelder. Hier, ganz ehrlich, wir müssen eigentlich wirklich mal hier zu sitzen bleiben und dann die ganze Zeit... ... charming. Ja? Komm, ich hab jetzt. Boop! Ich hatte gerade Vorwarnung. Ja, ich auch. Ist das Michael? Ne, es ist hier Kettensägen, Heinz. Oh. Der macht dann einmal Sim und alle sind weg. Ich glaube, wir müssen spielen. Die anderen haben keine Lust. Ja, ich merke schon. Mit einem Sim ist alles weg. Ja. Genau so ist das. Also ich sitze jetzt so hinterm Zeppelin. Also ich verfolge Vito. Ne, wir machen Generator. Ja. Spielst du jetzt Killer? Ja. Ja. Ich spiele jetzt Killer. Ich bring Vito gleich um und dann Tiffy nebenbei noch. Ja, ich häng ja schon irgendwie. Okay, ich hol dich dann mal. Er rennt nicht wirklich zu mir, oder? Ja, doch tut er. Er kommt mir an. So, das hat Tiffy ziemlich gut danach aus. Hallo Tiffy. Komm einfach mal weg, ne? Du süße Maus. Los, los, los. Hat hat. Er kommt zurück. Gut, gut, gut. Ja, er rennt auch alle zu mir, alter. Ja. Ich wollte dir beim Jen helfen, eigentlich. Und ich dachte, du heilst mich, ja. Ups. Was? Diese Missverständnisse unter Frauen. Ja. Versteh es nicht. Du, 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 du. Nehmen wir doch den. Ja, ich kann auch nicht verstehen, warum zwei Frauen eine lesbische Beziehung eingehen. Weißt du, dann hast du jetzt zweimal das Problem. Tiffy! Was denn? Ja, genau das. Weißt du, dann hast du zweimal das Problem. Dass irgendwas wieder falsch gelaufen ist. Ne? Dafür gibt es ja immer beste Freunde. Die männlichen besten Freunde, die müssen dann mal so sagen, so, ja, es tut mir leid und guck mir nicht. Das ist schön. Aber mit Männern ist doch manchmal viel schlimmer. Die hören nämlich nie zu. Genau. Genau. Hat alles Vor- und Nachteile. Der Dudelsack hört auch nie zu. Ja, aber... LOL! Das war grad voll der Doppler-Effekt, den du gemacht hast. Ich hab dich gerettet. Danke. LOL! Das war mein männlicher Instink. So ist das also. Anstatt dir zuzuhören, hab ich mich einfach vor dich geschmissen. Ach so. Manchmal ist das auch ganz gut. Nimm mich. Aber wenn die uns nicht gegenseitig hören, also wenn Männer sich dann gegenseitig nicht hören würden bei meiner, bei einer schwulen Partnerschaft. Weißt du denn? Bei meiner schwulen Partnerschaft. Jaja, Vito. Bei einer schwulen Partnerschaft. Dann würde man sich ja auch nicht gegenseitig beleidigen, weil man hört dem anderen eh nicht zu. Das heißt, man hat nie Probleme. Vito, ist er denn noch bei dir? Weil da vorne war er eben noch. Ne, der ist da bei, keine Ahnung, irgendwer sitzt da hinterm Baum. Jetzt kommt er wieder zurück zu mir. Er hat schon W gesagt, er hat schon recht mit dem W. Hä? Ich hab Baum gesagt, nicht W. Baum schreibt man mit B, nicht mit W. Ja, aber du hast eben schon irgendwas mit B gesagt. Das klingt so wie, der ist da bei W. Wiffi. Genau, bei Wiffi. Bei Willi. Der ist bei Willi. Wer ist Willi? Der ist Willi. Der ist bei Willi. Der ist bei Willi. Der ist bei Willi. Der ist bei Willi. Oh Mann. Deswegen hört Vito uns ja nicht zu, weil er Willi im Kopf hat. Ah, der hat immer nur Willi im Kopf, war ja klar. Ja, echt. Immer dieser Willi. Vito bringe ihn doch nicht mit. Nee. Nee. Ich hab den doch gar nicht. Doch. Und es portet sich. Yay. Vito einmal im Leben. Hör mal auf damit. Ich sitz hier in der ersten Reihe, das ist echt schön. Valkyria. Ich müsste den mitgebracht haben. Hä? Nein. Doch. Ich hab den gar nicht gesehen, Uschi. Uschi? Du denkst nur an Uschi, er an Willi. Ja, weißt du was? Wann hittet der mich? Weil du schon angehittet warst du, Uschi. Ich war doch nicht angehittet. Warum warst du? Wovon denn? Du bist hier die ganze Hand rumgekrüppelt. Du hingst am Haken, ey. Jetzt kann ich mich schon nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Stimmt. Ihr trefft. Ja, natürlich. Was erwartest du? Ah, da ist der Mr. Krüppel. Der kommt da. Der kommt da. Ich renne da mal. Tschüss. Bei euch dreien erwarte ich Chaos. Du bist doch Chaos. Kommst du dabei raus? Wir sind deinetwegen immer im Chaos. Im Chaos. Okay, verstehe. Holt irgendjemand Vito? Ja, ich schleich mich an. So fühlte sich das gerade an, als dieser Haken aus mir herausgezogen wurde. Naja, so. So war das. Achso, das ist typisch. Leder mal schneller, danke. Ja, Entschuldigung. Ich will nicht so laut sein, damit der Killer mich nicht direkt findet. Ich glaub jetzt hier, die ganze Zeit hinterher. Mir. Rein. Weil du noch nie beim Killer warst. Also, weil der Killer noch nie bei dir war. Stimmt nicht. Geloben. Der ist schon wieder bei mir. So viel dazu. Da vorne läuft Lizzy. Dude, was machst du? Hol dir doch Lizzy und nicht mich. Hallo? Was geht bei dem? Ja, wenn ich, wenn ich jetzt aufgehängt werde, bin ich tot. Schlimm mit dem. Heißt du? So, hier haben wir ein paar Punkte. Wir sind langsam. Cooperation Point. Hier ist auch noch. Hier ist auch noch. Hallo? Na? Wisst ihr was? Ja? Wenn ich jetzt die ganze Zeit Lizzy zuschaue. Was? Vielleicht zieht das den Killer an. Ja, tut es. Ja, ist das gerade. Lass das. Eijito, lass das. Ich bin ja gar nicht drin. Ich bin ja gar nicht drin. Ja, den Spruch hör ich auch öfter. Uuu, der ist da! Okay, der ist doch nie mehr da. Tiffy, wie sieht's denn so bei dir aus? Ja eigentlich ganz gut, wenn denn jetzt... Tiffy ist bei 98 Prozent. 98 Prozent? Ja. Ja, aber ich glaub der kommt gleich. Also der Killer. Ne, ist ready. ready is good ready is good are you ready to rumbo aber er hat vorbeigeschlagen hast du sehr gut gemacht jetzt bist du da ja das gefällt mir das gefällt mir wirklich nicht warum steht ihr alle am gleichen generator leute ausgang das ist eine sehr gute frage er bringt mich auch direkt ich wollte davor stoppen es tut mir leid oh no oh no krabbel 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 hey das ist irgendwie voll das komische zeug in der luft sorry kein problem genau das war eigentlich ganz geil jetzt zum ende noch ich hab's versucht es tut mir leid ich wollte abdremsen ich glaube tiffy hätte in die andere richtung laufen sollen und nicht so wie die sie gesagt hat zum anderen ausgang wenn sie vom killer verfolgt wird der nicht auf ist wohlgemerkt obwohl sie auch gar nicht vom killer verfolgt weil die war mit sie okay ja aber ich dachte dass sie weil sie der killer war ja erst hinter ihr hier und dann dachte ich dass tiffy zum ausgang soll damit sie raus ist ja aber dann kam nur der killer an ja das hat mich so gut ja das war in die nächste runde ja vor allem weil diese runde auch schon besser war als die letzte runde ist korrekt ja was jetzt auch nicht wirklich schwer ist aber naja sind trotzdem die besten runden er war ja so mit hoch gekrempelten hosen um gleich anzuzeigen hey ich bin jungfrau ich war auch noch was sie reden gerade über kate über meck also wo du sie den knöchel siehst ja wir reden jungfräulichkeit ich bin ich bin will ich deshalb zeige ich meine knöchel aber ich bin noch unerfahren deshalb zeige ich nur meine knöchel genauso macht veto das auch deshalb verstecke ich immer meine knöchel so hat er es damals auch gemacht er war schüchtern deshalb schloddern meine hosen auf dem boden ja das kann ich bestätigen nur die eine was soll das sind nur die eine hose oder nur die eine frau beides den kommentar mit der frau verstehe ich nicht gut dann halt nicht ja wir geben jetzt alles damit diese runde noch besser wird als die letzte vom zumindest vom humorvollen gehalt ist das kein problem so gut die die runde davor hat niemals stattgefunden die runde davor richtig gut und was machen wir dann mit den aufnahmen oder meinst du die erste runde verbrennen die geheime aufnahme die geheime aufnahme die kommt dann raus wenn wir irgendwann mal um die 100.000 abos haben genau das ist das spiel wie nein dann kommt ein counter von allen toten wo ich habe den killer bei mir eine runde sehen wollte dann verbreitet unsere nachricht überall im ganzen land auf der ganzen welt ich glaube er kommt wohin zu uns wo seid ihr an einem ausgang gut wird 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 du auch nicht mehr valkyria ja er ist da er ist hier er ist hier er ist hier ja wo denn der steht hinterm feuer weil sie weiß wie so ein asylant alter es ruckelt ich liegt zehn kilometer vom fenster entfernt und er steht hinterm fenster und so habe ich noch getroffen wieso ein asylant ich wollte eigentlich sagen aber mir ist das wort gerade also mir ist das falsche wort nicht eingefallen ja ich stand an dieser brandtonne wie so ein penner und dann kommt asylant aus das musst du raus piepen nein und dann piepst jetzt die ganze zeit weil du immer so oft das wort gesagt hast das schneide ich am besten noch in zeitlupe rein in verbindung mit dem gene oder gehen hier also er steht direkt vor mir leute macht generatoren er kämpft sind dabei ist er immer noch vor dir also jetzt gerade sehen ist auch so ein dicker heubein von mir bin ich jetzt mal richtig dreist mache ich direkt den jen neben dir ja er ist wieder bei mir er ist doch nicht er steht aber direkt vor mir ist er irgendwie geistig abwesend ist er vielleicht wirklich abwesend nein ich habe ihn runter geholt habe ich in den schlag reingeworfen und hab video versucht vom haken zu retten weil er hat ihn wirklich face gekämpft ja jibbi sowas ist ja richtig toll ich mach hier ein gem ich liege direkt schon wieder unter dem haken und ich bin jetzt tot ja hätte ich dich hängen lassen sollen oder was nö aber das ist halt nervig ich mag gar nicht dafür gehen gleich zwei generatoren an ja meiner geht nicht unbedingt an ich weiß nicht wo der killer ist wenn ich gleich kämpfe dann wird scheiße wie weit ist er denn fünf sekunden kommt ja okay das heißt ich geh zum anderen tor aber gehst du gar nicht zu diesem tor wo wir dran steht weiß ich nicht ich habe ja ich bin ja in der hoffnung doch nicht was ist denn hier los war ja in der hoffnung dass das tor ich habe jetzt wahrscheinlich von mir steht hier ja ich sehe es erst auf mich nicht weg weg du kannst du holen nein kannst du nicht er geht zurück dann passt ja das dann passt ja der beinahme warte kannst du ihn von vorne ablenken denn ich bin angehittet ach scheiße stimmt ok ich lenke ihn ab und ja ich lenke ihn ab vor allem ganz ehrlich ich bin angehittet ne er rennt nicht mir hinterher boah wie er sich geportet hat entschuldigung tiff was war das denn gerade für ein lag ja das habe ich mich auch gefragt ganz ehrlich was sollen wir machen er hat sich gerade von a nach b geportet das war sehr sehr ja willst du es noch mal versuchen sonst geht einfach raus nein wir haben eine chance wenn du mal für die zuschauer bei mir haben es nicht so viel aufwand schmeißt hallo nein ok hallo hallo hier nimm mich los er hat mich aber bleibt stehen vergesse nee arschloch entschuldigung der wird geportet soll ich schon sagen der wird er hat sich geportet der wird trotzdem reportet jetzt kommt er auf mich zu jetzt kommt er auf mich zu ernsthaft ich bin jetzt raus jetzt geht er wieder nein vergess es vergess es tiffy darf ihre punkte noch auskosten das war echt eine frechheit oder total tiffy es tut mir leid tschüssi kai büsi im endeffekt ist die runde jetzt genauso wie die letzte vito und tiffy sind tot und wir beide haben überlebt ich slender dann mal raus ja warte noch mal ach so schade nö 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 er kam gerade um er kriegt von mir definitiv kein gg ne er geht bestimmt auch gleich raus ach so bin direkt drauf doof gelaufen jetzt aber schade ich wollte ihm gerade was schreiben also ich kann ihn noch schön reporten gut mache ich auch was nehmen wir denn da wir nehmen das zweite ne belästigung im prinzip ist das doch oder warte ist das missbrauch oder kommunikation ne 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 warte das letzte das letzte unkameraschaftlich ja weil im prinzip äh camping ne äh rein theoretisch dann ja auch untätigkeit ne er hat ja nichts gemacht dann so so rein theoretisch so haja jetzt abgesendet so habt ihr das auch noch schön gesehen in der aufnahme wie man menschen reportet tja wer hat die anmacht gemacht wie du hat die anmacht gemacht ich hab nen kuchen in meinem baum also ne torte ne torte ja sehr gut nächstes mal haben wir wieder ne torte am start ihr kleinen süßen ekeltörtchen ja aber dann würde ich jetzt mal sagen dass ihr noch nie die anmacht macht natürlich jetzt hat mir die wirklich eingeredet dass sie euch bei der anmacht als ekeltorten gezeigt wobei ich hab das ja eh nicht gesehen weil meine anmacht am anfang ja gar nicht da war aber jetzt sagen wir auf jeden fall tschüss jetzt bin ich nicht da ich bin ich einmal kurz in die kamera tschüss das bin ich und wir verabschieden uns natürlich auch einmal von ja tschüssi bis zum nächsten mal und schaut doch auch bei uns vorbei so genau schaut bei der bei der Lizzy auch vorbei ist unten in der beschreibung auch morgen könnt ihr auch noch unser neues projekt angucken mit der Lizzy und mit der Tiffy und mit uns und mit dem kanal von da drüben und mit allen anderen spielern die da so rumlaufen und mit euch und mit euch schien es jetzt natürlich auch von euch und von Tiffy ciao und von der Vakuria bis morgen oder bis nächste woche samstag oder bis morgen zwischendurch ja du es läuft jeden tag irgendwas von uns ja eben deswegen ja also morgen gucken und gucken und gucken und gucken und gucken wir haben irgendwie fast 1800 videos auf dem kanal ihr könnt aber gucken guckt einfach immer weiter so genau wir haben so viel auswahl leute wir haben otome games wir haben strategie spiele wir haben eigenwerbung hashtag werbung hast du gerade gesagt wir haben aldi werbung eigenwerbung eigenwerbung aldi werbung so viel zum thema männer höre nicht zu ja ja genau nur weil du nicht sprechen kannst kann ich nichts dafür nur weil du nie zuhörst also wir haben wirklich ganz die Auswahl genauso viel Auswahl haben natürlich auch Lizoli and Iles auf ihrem kanal dazu gehört Lizzy dazu gehört Olli Kanal unten in der Beschreibung schaut gerne rein Holla die Waldfee danke dass ihr wieder eingeschaltet habt ich hab schon wieder das letzte Wort Vito sag was tschüss Vito danke